Es ist noch sehr früh für ein Gespräch. Man sagt mir, dass du ohnehin nicht schläfst. Was ist denn so wichtig? Meine Aufgabe ist es, die Geschicke dieses Reiches zu lenken. Deine Aufgabe ist es, lediglich zu repräsentieren. Dafür habe ich dich ausgewählt, dafür bist du da. Früher, als du noch Freude hattest an den Kleidern und an der Bewunderung, da hast du es gern gemacht. Aber Freude spielt bei unserer Aufgabe keine Rolle. Ich war wirklich sehr müde. Von Widerhofer wird um 8 Uhr in deinem Appartement sein, dich zu untersuchen. Bitte vergiss nicht. Egal ob Bronchitis oder Kopfweh. Du bist die Kaiserin. fidere und belich zu schütteln. Du bist die Kaiserin. Ganz kurz vermelde.